Musik Sie sehen, das Getreide wird jetzt gewendet, wir pflegeln dann nochmal auf dem gleichen Getreide, aber wenn Sie das überlegen, dass das Männer den ganzen Tag gemacht haben, ich glaube, du weißt mal, ob es, was man geschafft hat. Musik Noch zu betonen, wie gesagt, der Alex im blauen Hemd ist der Gründer und erster Vorstand von der ersten Tage. Ich war acht Jahre Vorstand und jetzt ist es der Julian Haas. Ich bin froh, dass wir wieder junge Mannschaft zusammen haben im Vorstand, welcher Verein Kantes von sich sagt, junge und aktive Mannschaft, überhaupt junge Mannschaft hat. Ich denke, das ist top und das, dass die heute hier sind, so wir Leute, das spornt uns an, immer weiter zu machen.